Was ist denn die studentische Schreibberatung? Angeboten wird die Schreibberatung von uns Piet-Tutorinnen. Wir sind Studierende, die vom Schreibzentrum für die Beratung ausgebildet wurden. Und weil wir selbst alle noch studieren, wissen wir aus eigener Erfahrung, dass das Schreiben akademischer Texte eine Herausforderung sein kann. Du kannst mit uns ganz offen über alle Unklarheiten und Schwierigkeiten beim Schreiben sprechen. Und natürlich alle Fragen stellen, die du dazu hast. Wir bewerten weder dich noch deinen Text. Mit deinem speziellen Thema kennen wir uns meistens auch gar nicht aus, weil wir selbst ein anderes Fach studieren. Aber wir sind schreibdidaktisch geschult und können dir viele verschiedene Methoden zeigen, die dir das Schreiben enorm erleichtern können. Und wie viel kostet das? Wenn du studierst, ist die Schreibberatung für dich kostenlos. Eine Beratung dauert pro Sitzung maximal eine Stunde und findet auf dem Unicampus statt. Und wie läuft so eine Schreibberatung dann ab? Jedes Beratungsgespräch ist anders. Denn jeder schreibt anders und stößt dabei auf andere Herausforderungen. Wir helfen dir dabei herauszufinden, wie du am besten vorgehen kannst, damit es leichter geht. Deshalb stellen wir dir Fragen zu deinem üblichen Vorgehen beim Schreiben oder gehen deinen Text mit dir durch. Zum Beispiel finden wir heraus, was für ein Schreibtyp du bist. Wir können dir auch zeigen, wie man zitiert oder gezielt Literatur auswertet. Außerdem haben wir eine Menge Methodenauflager, mit denen du leichter Ideen entwickeln, deinen Text strukturieren oder deine Schreibzeit effizient planen kannst. Super! Ihr sorgt also dafür, dass mein Text besser wird? Nicht ganz. Wir zeigen dir Tricks und Methoden. Aber die Verantwortung für deinen Text bleibt immer bei dir. Wir bieten dir also Hilfe zur Selbsthilfe. Hättest du denn jetzt kurz Zeit? Ja, okay. Dann versuch doch mal, dein Anliegen zu formulieren. Also, ich habe schon total viel recherchiert. Aber irgendwie weiß ich nicht so recht, wie ich jetzt mit dem Schreiben anfangen soll. Das Problem hatte ich noch nie. Und dabei weiß ich schon alles über mein Thema. Hast du schon mal einen ähnlichen Text geschrieben? Ja, aber das war anders. Da wusste ich immer genau, was ich als nächstes tun musste. Was war denn anders das letzte Mal? Also, das letzte Mal hatte mir der Dozent eine Fragestellung vorgegeben. Das ging irgendwie einfacher. Und hast du eine Idee, warum es damals leichter ging? Ja, ich weiß nicht. Also, ich konnte einfach drauf losschreiben, weil ich ja nur die Frage beantworten musste. Mit der Frage wusste ich genau, welche Informationen ich brauche und welche ich weglassen konnte. Aber jetzt habe ich gar keine Ahnung, was bei meinem Thema wichtig ist und was nicht. Würde es dir vielleicht helfen, wenn du jetzt auch eine spezifische Fragestellung hättest? Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt erstmal eine Fragestellung entwickeln. Schau, wir haben hier ein Arbeitsblatt dazu, das du gleich mal ausfüllen kannst. Super, jetzt habe ich eine erste Idee und kann gezielt in der Literatur schauen, was ich dazu finde. Wenn du jetzt in deine Notizen schaust, kannst du was davon für deine Arbeit verwenden? Hm, ja. Ja, ich habe da versucht, vieles von dem, was ich zum Thema gelesen habe, erstmal hinzuschreiben. Ich muss das aber alles nochmal weiter eingrenzen. Mhm. Kann ich denn übernächste Woche wiederkommen und du korrigierst dann meine Arbeit? Nein, tut mir leid. Wir machen Schreibberatung und kein Lektorat. Wir korrigieren also weder Rechtschreibung noch Grammatik. Ich kann dir aber übernächste Woche sehr gerne ein Feedback zum Aufbau deiner Argumentation geben. Könntest du mir dann auch sagen, ob mein Text wissenschaftlich genug klingt? Ja, wir können gerne gemeinsam auf den sprachlichen Stil deiner Arbeit schauen. Das klingt super. Danke, bis dann. Und so machst du deinen Schreibberatungstermin mit uns aus. Schreib uns einfach eine E-Mail unter schreibzentrum.dlist.uni-frankfurt.de und unser Büroteam leitet deine E-Mail dann weiter. Zum Beispiel an mich. Ich kontaktiere dich dann, um einen konkreten Termin zu vereinbaren. Damit das schnell geht, solltest du bereits in deiner ersten Mail schreiben, an welchen Termin du kannst und was du besprechen willst. Wenn du schon Textteile hast, kannst du die in deiner Mail gerne mitschicken. Ich lese zur Vorbereitung fünf bis sieben Seiten. Wenn du mir viel Text schickst, musst du mir natürlich schreiben, welche fünf Seiten ich lesen soll. Und wenn du schon eine Gliederung hast, schick die doch bitte auch mit, damit ich weiß, was du so vorhast. Also, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.